Dieser Baum hier kommt direkt aus der Hölle. Überall, wo man da hinwirft, verhakt man sich. Und wie löst man dann den verhakten Haken? Naja, das zeige ich dir jetzt, wie man verhakte, also Hänger, Haken wieder löst. Da gibt es verschiedenste Stellen, wo sich der Köder, der Haken, entweder hier im Gras oder dann natürlich auch hier im größeren Grünzeug oder im Schilf, überall an diesen Stellen, besteht eben die Möglichkeit, dass man sich verhakt. Das heißt, man wirft in die Nähe oder man zieht beim Spinning den Köder hier einfach durch und zack, hakt es auf einmal. Es erscheint unten die Fehlermeldung, verhakt, also unten in der Actionbar kommt dann diese Meldung, die sehen wir auch gleich bestimmt. Und ein Baum oder solche Bäume, die irgendwo im Wasser liegen, wurzeln quasi direkt in der Hölle. Das sind die Ausläufer, die quasi nach deinen Haken gieren, egal wo man hinwirft. Und auch wenn diese Bäume irgendwie unter der Wasseroberfläche weitergehen, man sieht das eben manchmal, da spiegelt sich das so ein bisschen unterm Wasser durch. Da gibt es solche Stellen, zum Beispiel an der Tunguska, da liegt auch so ein Baum im Wasser und der geht aber noch unterm Wasser, unter der Oberfläche weiter. Und man zieht quasi entlang, man hat vielleicht Bock auf Hechtangeln, zieht an diesem Baum so ein bisschen entlang, zack, verhakt es sich wieder. Also, das hier ist eben auch so ein Exemplar. Man wirft da so irgendwie dran vorbei und denkt sich, jawohl, zack, schon ist es verhakt. So ist es. Katastrophe, deswegen, gerade im Anfängerbereich, ich meide diese Bäume weitläufig, also ich versuche wirklich mit einem großen Abstand links und rechts davon, wenn dann da zu angeln. Diese großen Bäume hier an der Seite, übrigens diese dicken, massiven, die hier, die sind übrigens nicht ganz so schlimm. Schlimm sind tatsächlich diese Kandidaten hier, da absolut aufpassen und genauso natürlich auch, wenn du am Belaya unterwegs bist. Gerade dieses Gras am Ufer unten, auch da verhakt man sich. Das heißt, wenn man da mit dem Spinner unterwegs ist und man zieht das so schön durch, eher bei diesem Gras unten vielleicht dann doch schon mal anheben und dran vorbeiführen oder direkt rausheben den Köder, dass man da nicht unbedingt mit dem Spinner durchzieht. Denn dann, und wir sehen es halt jetzt unten auch in der Anzeige hier, in der Actionbar, da kommt eben dieses Zeichen verhakt und dann müssen wir eben versuchen, den Köder oder den Haken zu lösen. Es gibt noch ein Verhakt, wo diese Anzeige nicht passiert. Da dann einfach testen, ist es wirklich verhakt oder nicht. Man drückt kurz die R-Taste, sobald man eben noch hier die Einholgeschwindigkeit verändern kann, dann ist es tatsächlich ein Verhakt. Wenn da diese Fehlermeldung kommt, ist tatsächlich ein Fisch dran. Vielleicht hast du ja auch einen fetten Wels aus Versehen dran, der sich nicht weiter bewegt. Und ja, dann viel Spaß bei dem Drill. Also, wie lösen wir jetzt hier diesen verhakten Hänger? Ganz simpel ist es eigentlich. Wir drehen die Bremse erstmal langsam hoch. Und zwar fange ich immer erst an mit dem Einkurbeln. Und wir hören ja jetzt, es dreht durch. Klack, 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 klack. Das ist gut. Dazu kommt, ich drücke Shift. Wenn man Shift drückt, hat man nochmal ein bisschen mehr Power drauf. Und dann drehe ich so langsam hoch die Bremse. Und zwar so weit, wie es geht. Maximal bis zur 29. Wir wollen nicht die Bremse zumachen. Denn dann, ich hebe jetzt nur ganz leicht die... Wow, 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 wow. Denn dann kann es eben passieren, dass man eben was abreißt. Wollen wir nicht. Wir haben kein Geld für Abrisse. Wir wollen auch nicht die Schnur durchschneiden. In all den Jahren, wo ich das Game zocke, habe ich noch nicht einmal eine Schnur durchgeschnitten. Macht man nicht sowas. Kostet alles Geld. Also. Hochdrehen auf 29. Linke Maustaste. Und dann ruppen. Zack. Linke Maustaste. Und dann kurbeln. Und rechte Maustaste. Ruppen. Das ist the way to go. So geht das. Manchmal löst es sich direkt beim ersten Rupp. Hängt alles zusammen mit dem Set, wie es aufgebaut ist. Zeige ich gleich nochmal. Denn jetzt müssen wir einfach versuchen, Kraft quasi auszuüben. Jetzt mache ich nochmal mit Shift. Versuche da nochmal ein bisschen mehr Power reinzuhauen. Und versuche auch verschiedene Winkel. Das Ding zu lösen. Ich hatte beim Testen schon das Glück, dass ich hier direkt zweimal hintereinander mich verhakt hatte. Das heißt also, ich war gerade hier, habe schon probiert, habe mich einmal gelöst. Flipp. Der ist rausgeruppt und ist direkt in den nächsten Hänger reingegangen. Ja. Also, alles richtig gemacht. Da ist er los. Hat sich gelöst. Jetzt versuche ich mal in die Richtung wegzuziehen, dass er nicht wieder verhakt. Genau. Also es kann schon mal ein bisschen dauern. Liegt aber auch etwas an dem Set. Und da gehen wir jetzt nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Heißt also, euer Set muss eigentlich genug Power haben, um da quasi den Haken auch lösen zu können. Bedeutet, unsere Schwachstelle hier an diesem Set ist momentan die Rolle. Wir hätten mit einer etwas besseren, etwas stärkeren Rolle, mit mehr Bremskraft deutlich schneller diesen Haken gelöst. Hätten wir jetzt hier eine Rolle drauf mit, sagen wir mal, 5 oder 6 Kilo an Bremskraft, wäre das kein Problem gewesen. Die Schnur ist auch relativ nah am Maximalgewicht hier dran. Dann passt das. Wenn ihr jetzt ein Set habt, wo ihr zum Beispiel ein sehr dünnes Vorfach verwendet. Ihr habt jetzt, sagen wir mal, hier dieses 5 Kilo Set. Habt aber hier vielleicht ein Vorfach dran von ungefähr 3 Kilo. Könnt ihr es eigentlich schon vergessen. Denn dieser Schwachpunkt, dieses 3 Kilo Vorfach, hat nicht genug Kraftübertragung auf den Haken, auf den Hänger. Und somit gebt ihr halt nicht die gesamte Power des Sets auf diesen Haken. Sondern ihr könnt ja die Bremse eben nur so hochziehen, bis die Actionbar halt irgendwo unten im roten Bereich ist. Denn durchs Ruppen geht ja diese Actionbar eben noch mal weiter raus. Ich ziehe nochmal eben hier durch, wieder verhakt. Das heißt, ihr seht ja hier vom Ruppen, es kommt immer noch dieser kleine Stoß hier unten, zack, unten rein. Und wenn man, wie gesagt, ein etwas stärkeres Setup schon hat und man befindet sich vielleicht jetzt hier noch nicht bei 28, 29, sondern ist vielleicht im Bereich von 25, die Bremse ist zu, aber die Actionbar ist schon am Limit. Dann ist es, wie gesagt, ganz gefährlich. Also man will halt nicht, dass durch das Ruppen das Ende vom roten Bereich erreicht ist. Bis am Ende von rot ist tot. Also dementsprechend müssen wir immer aufpassen. Bremse, wie gesagt, maximal bis zur 29. Dann gucken, wenn ihr kurbelt, ich mache das immer bis zu diesen, bis zu diesen Markern hier erstmal. Und dann wird schon mal getestet, wie weit, wie weit springt denn diese Actionbar und springt sie denn vielleicht bis zum Ende. Dann ist es natürlich schon ganz kritisch. Also das ist die normale Möglichkeit eben, den Hänger zu lösen. Die andere Möglichkeit ist es einfach, neu starten. Auch eine Möglichkeit. Das heißt, du möchtest an dem Gewässer gerne weiter angeln, hast dich irgendwo verheddert, verdorrig. Und gerade, wenn man zum Beispiel mit einer Stippe unterwegs ist, dann hat man diese Möglichkeiten ja nicht. Heißt also, neu starten, dann hier drauf drücken. Und wir sehen hier mit Umschalttaste am besten. Das heißt, wenn wir mit der Umschalttaste reindrücken, können wir bei Steam, wenn ihr mit Steam zockt oder über Steam, könnt ihr einfach wieder auf Reconnect quasi drücken. Ihr verbindet euch sofort wieder neu. Oder ihr kommt in das Login-Fenster und gebt da euer Passwort wieder ein und seid sofort wieder drin. Oder andere Möglichkeit. Man geht einfach hier, gerade wenn man an einem kostenlosen Gewässer ist, man geht einfach zum Windenbach. Und der Hänger ist natürlich auch gelöst. Man hat sein Setup gesichert. Es ist nichts kaputt. Man muss nichts wieder nachkaufen und Silber ausgeben. Und noch wichtiger, man schrottet nicht seine Rolle oder seine Route. Das will man absolut nicht, denn das kostet ja alles Geld. Wenn das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Tutorial-Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.